Da ist schon wieder einer, ey. Ich bin so froh, dass der Regen uns die Feuer nicht dauernd ausmacht. Das wäre ja... ...der Sache nicht dienlich. Boah, die laufen da überall rum. Diese verdammten Idioten, ey. Ich wüsste dir mal zu gerne, wo die entlanglaufen, wenn die hier unter Wasser entlanglatschen. Aber so wichtig ist mir diese Info auch nicht. Ob mir die Typen auf den Keks gehen, selbstverständlich tun sie das. Denn die könnten sich mal andere Hobbys zulegen, außer als, äh, mich zu behaken. Da hat schon wieder gebimmelt, das gibt's doch gar nicht. Kam der jetzt durch die Felswand? Ja. 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 Eintreffen, wir sind tot. Gut. So für's Protokoll. Die Gitterpatrouille links und rechts und die oder der. Gut. Macht hier und jetzt an dieser Stelle einfach keinen Sinn. Oh ne, hier liegt noch, hier liegen ja noch mehr Köpfe. Also ich könnte es fertig... Dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum. Ich weiß nicht, dass ich nicht so alles könnte. Sof. Okey,特ge. Ich weiß nicht. Có heiß. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, warum da jetzt drei Köpfe rumliegen, aber ich beschwere mich diesbezüglich jetzt auch einfach mal nicht. Ich nehme diese Gabe und verbaue sie. Wieso fehlt da jetzt wieder eine? Ah, okay. So, vier Stöcke. Koste es, was es wolle, vier Stöcke. Ach, das ist ein Vogel. Das ist nur eine scheiß Fede. Nein, ich möchte nicht auf dem Stein sein. Vier Stöcke. Einfach vier. Das gibt es doch nicht. Diese Scheißeime, diese blöden. Verpisst euch endlich. Vier Stöcke. Komm, hier spawnen doch immer ein paar. Da oben steht auch schon wieder einer am Hügel. Lackt da gerade ein Arm. Ne, ein Fuß. So, liegt hier irgendwelches Geäst rum. Es wäre ganz toll. Einfach mal vorm Sterben. Und vorm Speicheln. So, ein paar Stöckchen. Und ja, ich hätte gerne die Axt ausgewählt. Und ja, wenn ich mit dem linken Mausknopf drücke, würde ich hier auch gerne benutzen. Das schlägt dann immer zu. Äh. Okay, jetzt ist das Spiel, glaube ich, komplett im Arsch. Er schlägt mir der Axt nicht dazu. Ich glaube es ja nicht. Äh. Dann halt mit dem Bein. Mit dem formschönen Bein. So, jetzt hat er mit dem Bein mal zugeschlagen. Vielleicht geht jetzt ja, äh, äh, die Axt wieder. Ne, Axt ist verpackt. Er schlägt nicht mehr. Oh mein Gott. Stöcke gespawnt. Handelsübliche Baumarktstöcke. Um wie viel geht die Wette, dass da vorne die Typen immer noch rumstehen? Natürlich. Das Schlimme ist, ich kann noch nicht mal, da war ein, da war ein Stock. Oh ja, das gehört zur Falle. Das Schlimme ist, ich kann ja noch nicht mal, ähm, den letzten Baum fällen. Und gleich anzünden. Jawohl, und gleich anzünden. Genau wie das. Und das. Liebe Axt. Ah, er schlägt wieder. Okay, wir haben endlich in unserem Lager ein Totem platziert. Das letzte Essen. werden wir uns denn jetzt auch versuchen zu Leibe zu führen jetzt geht es definitiv Maximalprinzip den minimalsten Aufwand des Maximalst aus der Situation rauszuholen los komm her mein Liguänchen und aus diesem Grunde versuchen wir jetzt der Einfachheit halber diesen Baum zu fällen was einfach mal nicht geht oder doch dann nehmen wir den ich bin sehr angespannt gerade ich glaube den kann ich nicht fällen ich bin jetzt wieder am falschen doch ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich kann hoffen dass die jetzt ins wasser geflogen sind drei davon sind sehr weit geflogen da liegen sie jetzt nur ohne Fallschaden unten ankommen nicht im Baum hängen bleiben und wir haben das zweite Podest erfolgreich gebaut tralalala gott sei dank so ich glaube da vorne das totem an der Nahrungsquelle werden wir jetzt so eher nicht fertig bekommen weil wir jetzt am Ende dieser wunderschönen vor dem schönen prickelnden nervenzerreibenden Aufnahmesaison angekommen sind ich hoffe sehr sehr stark dass wir bei dem nächsten Mal bereits das neue Update drauf haben ich glaube das ist dann das 0,1b oder so irgendwie und dann hoffen wir dass da mit dem mit dem Update mit dem Patch mit dem Fix einiges wieder einiges optimiert worden ist in diesem Sinne wir gehen schlafen tschüssili